Hallo zusammen und willkommen zu einem neuen Video. Ja, mir ist aufgefallen, dass ich bei dem Jahresrückblick eine Sache vergessen habe, beziehungsweise auf die ich nicht mehr eingegangen bin, und zwar, was ich eigentlich im Jahr ausgegeben habe für Bücher. Ich habe das irgendwo zwischendrin mal erwähnt, dass ich mir jetzt jedes Jahr, also dass ich mir letztes Jahr zumindest, immer dazu geschrieben habe, für wie viel ich ein Buch gekauft habe und dann den Neupreis, einfach weil ich mal gucken wollte, wie viel Geld ich einspare, dadurch, dass ich mir eben nicht jedes Buch neu kaufe, sondern eben auch viel gebraucht kaufe oder über Tauschticket ertausche und so. Und ja, das habe ich jetzt mal ausgewertet und gedacht, ich reiche das noch kurz nach. Ich zeige jetzt nicht nochmal, welche Bücher ich konkret alle gekauft habe letztes Jahr, weil es da immer meine Neuzugänge-Videos gibt und das ist ja bei mir auch jetzt nicht so viel. Also es gibt ja immer so im Schnitt zwei Neuzugänge-Videos im Jahr. Das heißt, wer sich jetzt dafür interessiert, ich verlinke die, dann könnt ihr euch die gerne angucken. Genau, es fehlen jetzt maximal halt noch die so vom Ende 2020 und die werdet ihr dann schon irgendwann demnächst sehen, wenn dann mal wieder genug zusammen sind, dass sich das lohnt für ein Video. Insgesamt habe ich 35 Bücher gekauft letztes Jahr. Das ist circa so viel, wie ich auch gelesen habe. Ich glaube, ich hatte 36 oder 38 Bücher gelesen. Genau, sodass mein Sub sich immer so ganz gut durchtauscht, wobei ja nur 14 Bücher von meinem Sub runtergegangen sind letztes Jahr. Ja, aber manche davon sind ja auch gar nicht auf dem Sub gelandet, die ich gekauft habe, weil ich die direkt gelesen habe oder so. Joa, das ist für einen Booktuber wahrscheinlich sogar relativ wenig. Aber, ja, vielleicht interessiert das ja den einen oder anderen. Ich schlage vor, wir fangen dann auch gleich an. Ich habe mir hier auf diesem Zettel einmal nach Kategorien aufgeschlüsselt, auf welchem Wege die Bücher zu mir gelangt sind und dann sage ich euch ganz am Ende, wie viel ich jetzt insgesamt dadurch eingespart habe. Also fangen wir einfach mal an. Über Tauschticket sind sieben Bücher zu mir gekommen letztes Jahr. Ich hatte gedacht, das wären mehr gewesen, waren es aber nicht. Und bei Tauschticket, für die, die das nicht kennen, ist es so, man stellt da Artikel rein, das sind größtenteils Bücher, aber es gibt auch Spiele, DVDs, Kleidung, alles Mögliche und kann dafür eben eine Anzahl von Tickets festlegen, die man dafür haben möchte. Und wenn jemand den Gegenstand dann nimmt, bekommt man diese Tickets gut geschrieben und kann die dann wieder für andere Gegenstände ausgeben. Bei Büchern ist es häufig ein Ticket pro Buch. Wenn es seltenere Bücher sind oder neue Bücher, dann können es auch mal mehr. Und für einen Tausch, wenn man ein Buch anfordert, bezahlt man dann nur eine Tauschgebühr von 50 Cent. Das heißt, im Grunde kostet das Buch dann 50 Cent, weil die Versandkosten übernimmt der Verkäufer. Ich habe das jetzt so gemacht, dass ich auch nur diese 50 Cent hier eingerechnet habe, weil die Versandkosten, finde ich, schwer reinzurechnen sind, weil man ja, also wenn ich, ich habe zum Beispiel ja Bücher vertauscht für mehr als ein Ticket und habe dann ja für dieses eine Buch mehr als ein Buch wieder zurückbekommen, sozusagen, und wüsste dann jetzt nicht, wie ich jetzt genau die Versandkosten dann aufschlüsseln müsste, weil ich nämlich auch nicht mehr genau alles parat habe, was ich weggegeben habe letztes Jahr. Deswegen habe ich die hier nicht berücksichtigt. Im Endeffekt bekommt man für die Versandkosten ja aber halt auch nur diese virtuellen Tickets und ja, ich habe ja auch immer noch welche, die ich nicht ausgegeben habe und so, deswegen, ich wüsste jetzt nicht, wie ich die hier reinbringen soll. Also sieben Bücher sind über Tauschtickets zu mir gekommen und das heißt, das wären 3,50 Euro und dann habe ich über Medimops eingekauft. Da dachte ich auch, es wären mehr gewesen. Es waren aber nur vier Bücher für insgesamt 49,69 Euro. Was für, ah doch, das ist schon okay für vier Bücher. Eins davon war ziemlich teuer, deshalb ist das so viel. Das war nämlich eine Schmuckausgabe von Jane Austen, die hat über 20 Euro gekostet. Dann habe ich auch Bücher neu gekauft und zwar insgesamt elf Stück. Das ist für mich relativ viel, das ist ja fast eins pro Monat und ich kaufe sonst nicht so viele Bücher neu, glaube ich zumindest. Und das waren insgesamt 188,96 Euro. Dann kamen drei Bücher über Lovely Books zu mir, die ich gewonnen habe auf Leserunden. Das waren entsprechend 0 Euro und vier habe ich mir im Amazon Kindle Deal oder so gespeichert. Also es gibt immer manchmal so kurzzeitige Angebote, wo die mal gratis sind. Und das waren insgesamt vier, die ich mir im Rahmen von dieser Aktion mal gespeichert habe. Das waren dementsprechend auch 0 Euro. Eins war ein Sonderangebot ohne Buchpreisbindung für 4,99 Euro. Eins habe ich auf Facebook von jemandem privat gekauft für 25 Euro. Das war auch so eine Schmuckausgabe. Eins habe ich geschenkt bekommen, das sind auch 0 Euro. Und drei, da konnte ich nicht mehr verifizieren, wo ich die her habe. Ich dachte, dass die auch von Medimops wären, aber als ich meine Bestellungen durchgegangen bin, standen die da nicht. Und die sind auch nicht von Rebuy oder von Avel, deswegen ich habe keine Ahnung mehr, wo die her sind. Das waren insgesamt 33,50 Euro. Ich habe mir jetzt dieses Jahr angewöhnt, dazu zu schreiben, wo ein Buch her ist. Also ich habe einfach so einen Buchstabencode abgekürzt, damit ich später am Jahresende noch weiß, wie das zu mir gekommen ist. Weil ich da tatsächlich Schwierigkeiten hatte, jetzt bei diesen drei Büchern irgendwie das noch zu verifizieren. Bei den meisten wusste ich es noch, aber bei denen habe ich mich da irgendwie einfach vertan. So, was heißt das jetzt also ganz am Schluss für die gesamte Wertung? Wenn ich mich jetzt nicht verrechnet habe, dann habe ich insgesamt im letzten Jahr ausgegeben 305,64 Euro. Was im Durchschnitt 25 Euro und ein paar zerquetschte pro Monat sind. Und der Löwenanteil davon waren halt wirklich trotzdem die paar Bücher, die ich neu gekauft habe. Und hätte ich alle Bücher neu gekauft, hätte ich insgesamt ausgegeben 563,45 Euro. Das heißt, ich habe jetzt eine Versparnis von 257,81 Euro. Das ist fast meine Switch-Konsole. Das ist gar nicht schlecht. Ja, und so spannen dabei Leuten, die noch viel mehr lesen als ich, wie viel Einsparungspotenzial da eigentlich vorhanden ist. Ja, ich werde das auf jeden Fall für dieses Jahr dann auch wieder machen, dass ich mir das aufschreibe. Und wie gesagt, ich weiß ja jetzt, wo letztes Mal das nicht gut gelaufen ist. Ich zeige euch kurz einmal diese Seite. Die ist ziemlich chaotisch. Weil das zum einen viele Bücher waren, als ich das wollte. Und ich mir halt nicht dazu geschrieben habe, wie viel ich jetzt genau, also was ich woher habe und so weiter. Ich habe teilweise dann auch Preise gerundet und teilweise nicht. Das war auch blöd. Und es gab ein oder zwei Bücher, wo ich tatsächlich den eigentlichen Neupreis nicht mehr verifizieren konnte, weil die nicht mehr verfügbar waren und es auf dem Buch selber nicht drauf stand. Da musste ich jetzt schätzen oder meinen, mich zu erinnern, wie viel das mal war. Ja, aber im Endeffekt verändert das das Ergebnis ja jetzt nicht so stark. Auf jeden Fall fand ich das mal ganz interessant. Schreibt ihr euch sowas eigentlich auf oder interessiert euch überhaupt, wie viel Geld ihr für Bücher ausgibt oder wollt ihr das lieber gar nicht wissen? Ja, ich finde es auf jeden Fall immer ganz spannend. Das war jetzt ein kurzes Video mit vielen Zahlen. Und dann sehen wir uns hoffentlich nächste Woche wieder mit etwas Bücherlastigerem und weniger Mathematischem. Bis dahin macht's gut. Tschüss.